Hallo liebe Gruselfreunde, ich bin's wieder, euer Manu von MaisMaze und es ist wieder soweit. Die schaurigen Altweibernächte in Tripsdrill stehen vor der Tür. Um euch das schrecken zu lernen, wird schon wieder fleißig vorbereitet, aber ich nehme euch jetzt erstmal mit zu dem Mann, der alles vorbereitet hat. Also ich bin jetzt hier in der Werksküche zusammen mit Fabian Schleicher. Hallo Fabian. Hi Manu. Du bist ja seit letztem Jahr verantwortlich für die Gestaltung der Maces und arbeitest da auch eng zusammen mit dem Verein MaisMaze zusammen. Was ist denn deine Hauptaufgabe? Meine Hauptaufgabe ist, dass ich sozusagen die Schnittstelle bilde zwischen dem Verein MaisMaze und dem Erlebnispark Tripsdrill. Das heißt, ich organisiere die komplette Zusammenarbeit, den Aufbau von den Maces, ich koordiniere die einzelnen Abteilungen, die eben alles vorbereiten für die schaurigen Altweibernächte im nächsten Jahr. Und genau, da schauen wir eben an, dass alles für das nächste Jahr wieder passt. Sehr cool. Dann bist du nämlich genau der Richtige in den Besuchern. Kannst du deinen Besuchern schon verraten, was sie dieses Jahr erwarten wird? Selbstverständlich, natürlich. Und zwar haben wir natürlich wieder den Zirkus zum dritten Mal zu Gast mit Vanege Frey in der Vograue Klinge. Zusätzlich haben wir mit unserem Hochzeitsmaze Trau Dich die Geschichte um das tragische Brautpaar noch einmal aufgegriffen. Dann geht es hinab dieses Jahr nicht in den schrecklichen Werkskeller, sondern in den düsteren Werkskeller, in die Welt von Karle Kolbenfresser hinein. Und als neues Mace präsentieren wir in diesem Jahr eine große Bauernscheune. Wir haben auch schon den Titel, den wir verraten können. Das wird eben Erntet Furcht heißen. Das heißt, wir bauen eine riesengroße Bauernscheune auf, wo ihr nochmal quasi da ein komplettes große Labyrinth durchlaufen könnt. Und das bedeutet natürlich eine sehr viel Arbeit, aber wir freuen uns schon drauf, vor allem auf die Geschichte, die wir dazu euch bieten können. Was macht ihr denn hier? Man kann noch so viel planen. Wenn es an der Umsetzung scheitert, war alles umsonst. Damit bei uns alles Hund läuft, haben wir viele kleine Zahnrädchen, die dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Zwei davon haben wir letztes Jahr begleitet und stellen sie euch heute vor. Hi, ich bin Anja. Ich bin Darstellerin bei MySmace und zeige euch heute, wie mein Tag als Monster bei den schaurigen Altweibernächten abläuft. Kommt einfach mit! Bis zum nächsten Mal. Amen. 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 Oh, Bodycheck. Oh, Gott. Das ist echt fies. Ich bin der Fisch. Lauf voll. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Danke, dass ihr mich begleitet habt und bis nächstes Jahr. Tschüss. Hallo, ich bin Benjamin und nehme euch mit auf einen sehr intensiven, sehr laufintensiven Abt. Benni für Manu? Ja? Weil dein Scarewind ist aus der Nebel leer. Okay, ich komme. Mit dem Herber Electriff Knuckles Und das Rembanget auf mich nervös ist, Dra spot他是 mit dem Schaden tricks. In Lucas Ermitt zur Fischung am 860 Euro. Ja, ich höre. Der Ton in der Schotzeine geht nicht. Okay, komme ich vorbei. Okay, komme ich vorbei. Okay, komme ich vorbei. Hast du das gehört? Da hat der Blitz eingeschlagen. Ich glaube, das war ein Zirkuszelt. Ich glaube, das war ein Zirkuszelt. Ich glaube, das war ein Zirkuszelt. Okay, das war ein Zirkuszelt. Okay, das war ein Zirkuszelt. Ich hoffe, unser kleiner Blick hinter die Kulissen hat euch gefallen. Ich kann nur noch sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dieses Jahr auf den schaurigen Altweibernächten sehen würden. Unten eingeblendet seht ihr die Daten. Ihr könnt uns auch auf Instagram, Facebook folgen oder auf unserer Website besuchen. Da findet ihr alle aktuellen Informationen. Bis bald! 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 D Island! Vielen Dank.